Es sind gerade 60 Spiele online und aus diesem Grund werde ich jetzt euch den neuen Automaten im Casino zeigen. Falls du auch mitspimmst, das IP-Unport ist gerade im Bildschirm eingeblendet. Dein neuer Automat steht im Casino im VIP-Bereich und kostet einen VIP-Chip. Einen VIP-Chip bekommst du ganz einfach, indem du entweder 8 Mega-Chips zu einem VIP-Chip machst oder dir im Echtgeld-Shop VIP-Chips kaufst. Gewinnen kannst du dort eine Lootbox, Spawneier, zum Beispiel ein Hühner- oder ein Kuh-Spawn-Ei, die es noch nie vorher gegeben hat, Geldgutscheine und vieles, vieles mehr. Probier doch einfach mal aus. IP-Unport ist gerade im Bildschirm eingeblendet. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute!